Herzlich Willkommen zum Miteinander singen für den Monat Januar 2021. Ich wünsche Ihnen ein frohes und gesundes Jahr 2021. Mein Name ist Gertraud Thalhammer. Ich leite die Veranstaltung im Auftrag des Katholischen Bildungswerks Bonn. Sie wird von der Medienwerkstatt Bonn aufgezeichnet und an meiner Seite begrüße ich Frank Hoppe. Miteinander singen möchte sie zum Mitsingen einladen. Wir fangen an mit einem kurzen Aufwärmen der Stimme und zwar mit der Melodie des ersten Liedes. Da gehen wir noch einmal in die Weihnachtszeit. Wie soll ich dich empfangen? Frank Hoppe spielt den ersten Teil der Melodie vor. Dann würde ich das gerne mit Ihnen einmal summen auf M oder auf N und dann wird dieser Teil der Melodie wiederholt. Das machen wir dann auf die Silbe NUNUNU. mit einer Silbe NUNU. G� strongly hat dazu. Dann wird dieser Teil der Melodie des Selbstbesaju Gäzchen. Amen. No, 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 no. Vielen Dank. Jetzt würde ich gerne noch einmal die komplette Melodie mit Ihnen singen. Der erste Teil wiederholt sich. Nehmen Sie das Warm-up für die Stimme, so dass Sie sagen, ich singe noch nicht in kompletter Lautstärke. Versuchen Sie so präzise wie möglich die Tonhöhen innen und auch schon vorzuhören. Wir machen noch einen Durchlauf. Erste Stimme. La 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 Ja, und dann möchte ich gerne mit Ihnen die Strufe 1 bis 4 singen, Wie soll ich dich empfangen? Wie soll ich dich empfangen und wie begegn' ich dir? O aller Welt verlangen, o meiner Seelen sieh'r! O Jesu, Jesu, setze mir selbst die Fackel bei, damit, was dich ergötze, mir Kund und Wissen sei. Dein Zion streut dir Palmen und grüne Zweige hin, und ich will dir in Psalmen ermuntern meinen Sinn. Mein Herze soll dir grünen in stetem Lob und Preis und deinem Namen dienen, so gut es kann und weiß. Was hast du unterlassen zu meinem Trost und Freude, als Leib und Seele saßen in ihrem größten Leid, Als mir das Reich genommen, da Fried und Freude lacht, da bist du mein Heilkommen und hast mich froh gemacht. Ich lag in schweren Banden, du kommst und machst mich los. Ich stand in schweren Banden, du kommst und machst mich groß. Und hebst mich hoch zu Ehren und schenkst mir großes Gut, das sich nicht lässt verzehren, wie irdisch Reichtum tut. Vielen Dank. Wir kommen zum nächsten Lied, Tanzen und Springen. Ja, da hoffe ich, dass Sie zumindest innerlich ins neue Jahr getanzt und gesprungen sind. Und das möchte ich gerne musikalisch mit Ihnen nochmal mitvollziehen. Wir proben das in folgender Weise. Frank Hoppe spielt den ersten Teil oder einen Teil des Liedes vor. Ich möchte das mit Ihnen rhythmisch sprechen und im Anschluss die Melodie singen. Tanzen und Springen, singen und klingen. Fa la 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 la, fa la la la, fa la la la. Tanzen und Springen, singen und klingen. Fa la 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 la, fa la la la, fa la la la. Lauten und Geigen sollen auch nicht schweigen, zu musizieren und jubilieren steht mir all mein Sinn. Lauten und Geigen sollen auch nicht schweigen, zu musizieren und jubilieren steht mir all mein Sinn. Fa la 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 la, fa la la la, fa la la la. Vielen Dank, jetzt möchte ich gerne mit Ihnen die erste Strophe komplett einmal den Durchlauf singen. Tanzen und springen, singen und klingen, falalala, falalala, falala, tanzen und springen, singen und klingen, falalala, falalala, falala, lauten und geigen, so auch nicht schweigen, zu musizieren und jubilieren, steht mir all mein Sinn, falalala, 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 falala, falala, falala. Wunderbar, ich denke wir können gleich die zweite Strophe probieren und einen Durchlauf singen. Schöne Jungfrauen in grünen Augen, falalala, 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 falala. Mit ihm spazieren und konversieren, freundlich zu scherzen, freut mich im Herzen vor Silber und Gold. Falalala, 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 falala, falala. Jawohl, jetzt hatte ich gerade die Idee, wir können das noch einmal miteinander singen und zwar in der Weise. Der erste Teil wird ja immer wiederholt. Ich singe den ersten Teil einmal vor und dann singen wir die Wiederholung miteinander und singen den weiteren Teil der ersten Strophe. Zweite Strophe machen wir genauso. Sie können natürlich zu Hause auch mitsingen, wenn Sie möchten, aber mein Vorschlag wäre, ich singe einmal den ersten Teil der zweiten Strophe vor. Sie singen zu Hause mit mir die Wiederholung und dann auch den Rest der zweiten Strophe singen wir miteinander. Okay. Tanzen und springen, singen und klingen, falalala, falalala, falalala. Tanzen und springen, singen und klingen, falalala, falalala, falalala. Laut Höhlen und Geigen sollen auch nicht schweigen, zu musizieren und jubilieren steht mir all mein Sinn. Falalala, Falala, 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 Schöne Jungfrauen in grüner Aue, Falalala, Falala, Falala, Falalala, Schöne Jungfrauen in grüner Aue, Falalala, Falalala, Falala, mit ihnen spazieren und konversieren, freundlich zu scherzen, freut mich im Herzen vor Silber und Gold. Falalala, Falala, 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 Vielen Dank! Wir kommen zum nächsten Lied, Kein schöner Land in dieser Zeit. Frank Hoppe spielt einmal die Melodie vor und dann würde ich gerne mit Ihnen Strophe 1 bis 4 singen. Frank Hoppe spielt einmal die Melodie vor und dann würde ich gerne mit Ihnen Strophe 1 bis 4 singen. Kein schöner Land in dieser Zeit, als hier das unsere weit und breit, wo wir uns finden, wohl unter Linden zur Abendzeit. Wo wir uns finden, wohl unter Linden zur Abendzeit. Da haben wir so manche Stunde gesessen da in froher Rund und taten singen, die Lieder klingen im Eichengrund. Dass wir uns hier in diesem Tal noch treffen, so viel hundertmal. Gott mag es schenken, Gott mag es schenken, Gott mag es lenken, er hat die Gnade. Jetzt, Brüder, eine gute Nacht, der Herr im hohen Himmel wacht. In seiner Güte nun zu behüten, ist er bedacht. In seiner Güte nun zu behüten, ist er bedacht. Das nächste Stück ist ein Kanon, den Kanon werden viele von Ihnen, die miteinander singen, auch aus der Präsenzveranstaltung kennen, schon kennen. Aber für die, die ihn noch nicht kennen, möchte ich gerne nochmal einmal Stück für Stück proben. Zunächst möchte ich den Text vorlesen und auch für Sie übersetzen. Übersetzt heißt es, siehe wie fein und lieblich ist es, dass Menschen einträchtig beieinander wohnen. Wir machen jetzt folgendermaßen, wir gehen folgendermaßen vor. Frank Hoppe spielt den ersten Teil des Kanons. Ich spreche ihn dann rhythmisch und wir singen ihn dann rhythmisch oder wir singen ihn dann den ersten Teil miteinander. Frank Hoppe spielt den ersten Teil des Kanons. 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 Jawohl, jetzt möchte ich gerne mit Ihnen einen Durchlauf des Kanons singen. Frank Hoppe spielt den ersten Teil des Kanons. Vielen Dank. Ja, und weil das ein Kanon ist, möchte ich das natürlich auch gerne mit Ihnen, so gut wir das jetzt in dieser Besetzung vermögen, auch als Kanon singen und proben. Und zwar in der folgenden Weise, ich fange an zu singen, ich fange an zu singen und Frank steigt dann an der Stelle, wo eben der Kanon beginnt, die zweite Stimme dann einsetzt mit dem Klavier ein. Sie können das zu singen. Sie können das zu Hause so handhaben, wie Sie möchten. Sie können mit mir mitsingen oder Sie singen mit Frank mit und wenn Sie zu zweit sind, können Sie das natürlich auch als Kanon singen. Musik 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 Vielen Dank. Wir kommen zum nächsten Lied, das, denke ich, alle von Ihnen kennen oder fast alle von Ihnen kennen, Der Mond ist aufgegangen. Das Lied kennen sicherlich alle von Ihnen, aber den Komponisten, der ist Ihnen vielleicht nicht so bekannt, Johann Abraham Peter Schulz. Johann Abraham Peter Schulz ist Mitte des 18. Jahrhunderts geboren und war von 1787 bis 1795 königlich dänischer Hofkapermeister in Kopenhagen. Er hat dort einen bedeutenden Beitrag für die Entstehung der dänischen Oper geleistet. Das Lied würde ich gerne folgendermaßen mit Ihnen singen. Frank spielt einmal die Melodie vor und dann singe ich mit Ihnen Strophe 1 bis 4. Und dann singe ich mit Ihnen Strophe 1 bis 4. Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein prangen, am Himmel hell und klar. Der Wald steht schwarz und schweiget und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel wunderbar. Wie ist die Welt so stille und in der Dämmerung hülle, so traulich und so heut. Als eine stille Kammer, wo ihr des Tages Jammer verschlafen und vergessen sollt. Seht ihr den Mond dort stehen, er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. So legt euch denn, ihr Brüder, in Gottes Namen nieder. Kalt ist der Abend auch, Herr schon uns Gott mit Strafen und lass uns ruhig schlafen. Und unseren kranken Nachbarn auch. Und wir singen das jetzt in folgender Weise, dass wir einfach loslegen, gleich mit Text und Melodie, erste und zweite Strophe. Wenn wir uns im Tanze wiegen, ist mir so, als könnte ich fliegen, hoch zu den Sternen, zum Himmel empor. Tanzmusik und Glanz der Lichter macht mich selig und zum Dichter. Mir fällt ein Lied ein, das sing ich dir vor. Ich tanze mit dir in den Himmel hinein, in den siebenten Himmel der Liebe. Die Erde versinkt und wir zwei sind allein in dem siebenten Himmel der Liebe. Komm, lass uns träumen bei leiser Musik, unser romantisches Märchen vom Glück. Und tanze mit mir in den Himmel hinein, in den siebenten Himmel der Liebe. Du, ich fühl mich augenblicklich, wirklich glücklicher als glücklich, weil ich verliebt bin. Ich tanze mit dir in den Himmel hinein. Die Erde versinkt und wir zwei sind allein in dem siebenten Himmel der Liebe. Komm, lass uns träumen bei leiser Musik, unser romantisches Märchen vom Glück. Und tanze mit mir in den Himmel hinein, in den siebenten Himmel der Liebe. Herzlichen Dank, herzlichen Dank, dass Sie mitgesungen haben und ich wünsche Ihnen einen guten Januar. Ich freue mich drauf, wenn Sie im Februar wieder zuschalten. Im Moment wird es noch online bleiben. Ich bedanke mich noch mal ganz herzlich bei Frank Hoppe für die wunderbare Klavierbegleitung, bei der Medienwerkstatt Bonn für die Aufnahme und beim katholischen Bildungswerk, das ist eine Veranstaltung vor Ort. Auf Wiedersehen. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017